können sich heute Abend bei der diesjährigen Preisverleihung Mann des Jahres auf einen Schlagabtausch zwischen den Spitzenreitern Bruce Wayne und Lex Luthor freuen. Ja, Gothams bekannter Playboy-Philantrop stellt sich dem Glatzkopf aus Metropolis. Hier bei Gotham City News gilt unsere Sympathie natürlich dem Sohn unserer Stadt. Viel Glück, Bruce! Lex, ich bin überrascht, dass Sie Ihren Wahlkampf unterbrachen und den ganzen Weg nach Gotham City kamen. Oh, meine Treuerster, als Nominierter ist es eine Ehre und ein Vergnügen, hier zu sein. Vor allem, wenn man gewinnt. Und nun, meine Damen und Herren, der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Und damit geht die Auszeichnung Mann des Jahres an Bruce Wayne. Nächstes Jahr, Kumpel. Ich hasse diesen Kerl. Wer war für euch da? Ein Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben seiner Mitmenschen zu verbessern. Er hat unsere Gebäude umgebaut. Unsere Banken von unnötigem Ballast befreit. Ihr habt stets eure Wertschätzung gezeigt. Warum nun aufhören? Stehender Applaus! Hab ich nicht erwartet. Aber ich nehm' ihn an! Und auch alles andere. Rätsel in Ehren. Was ist grün? Und in Ihrer Brieftasche. Äh, Geld. Äh, nein. Jetzt nicht mehr. Tut mir leid, dass ich Ihnen in die Parade fahre, meine Liebe. Besten Dank. Nein, danke. Hab keine Lust auf einen Stromschlag. Oh, keine Sorge. Ich wollte Ihnen nicht die Hand schütteln. Ich wollte Ihre Uhr. Ein angenehmes Zusammentreffen. Wir sollten es irgendwann wiederholen. Oh, das werden wir. Rädel! 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 Was für eine Nacht. Welch eine Ehre. Mir fehlen die Worte. Ich bin sprachlos. Aber was sage ich da? Wann war ich jemals sprachlos? Und wie ist das toll? Ich endlich auf der großen Leinwand. Was für ein Gesicht. Man denkt, was wird er wohl sagen? Was wird dieser Mund uns kundtun? Leider musste ich dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen, Joker. Es tut dir nicht wirklich leid. Nicht am geringsten. Na los, fangt mich doch. Um... Ah! 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 Was ist das? 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 Batman! Was ist das? 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 Was ist das?